Okay, drei, zwei, eins. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Oh, shit. It's me and Annie. Too much action today. Go. Yes, slay. Yes. Yes. Let's move. So, da sind meine Schuhe vielleicht da wenn ich schon irgendwann ziehe. Ah, hast du Kopf? Ah, das ist so schön. Geht's dir? Hallo. Schaut doch lustig aus. Wurde. Wurde sich gerade so geploppert. Schaut doch lustig. Schaut doch lustig. Schaut doch lustig. Jetzt sind wir am Anfang. Die beiden. Schaut doch lustig aus. Ich stehe jetzt kaputt ohne Wasser. Schaut doch mal. Oh. Schaut doch lustig aus. Ich bin jetzt dran. Ja. Ich bin jetzt dran. Ja. Ich bin jetzt dran. Ja. 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 Das ist authentisch. So? Ja. 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 Hallo. Oh. Die hat schon was gesagt zu uns. Oh, die hat hallo gesagt! Hallo! Bleibt es bloß weg. Hallo! Bleib doch! Komm her! Ja, bist du so schön! Ja, so eine schöne Maus! Komm her, Maus! Hallo! Oh Gott! Hallo! Hallo! Ja, bist du so hübsch? Hi! Ja, so eine schöne Maus! Wo bist du denn? Komm her wieder! Komm wieder her! Danke, dass du mich putzt! Die Hand wollte ich gerade waschen! Danke! Ja, bist du so lieb! Wie heißt du denn? Wie heißt du denn? Kennst du es? Manche Leute schwimmen mit Delfinen und ich treffe einfach eine Katze und sie macht mich? Hm-hm! Ah! Oh, hallo! Oh, hallo! Oh! Mhm! Du bist so schön und brav! Danke! Ja! Du bist so lieb, bist du! Hi, kleine Maus! Deine Maus! Deine Maus! Oh no! Schau, du hast Angst! Du hast Angst! Das ist mein Freund! Du hast Angst! Die ist das mal gefühlen! Aber das ist so ganz verstaut! Das nimmt keiner mehr! Ja! Bei LED heißt ja nicht immer, dass... ...dass Batterie braucht! 3... 3... 3... 1... 1... Wie darfst du da? Muss man schnell anschauen! Ja, der Mann 69! Aber er passt farblich nicht in meine Wohnung ein, finde ich. Ein Pummelhof! Jetzt wollte ich gerade noch sagen, ein Pummelhof bei einem Tag ist ja ein Pummelhof. Aber das ist so klar, das macht bestimmt viel Licht. Nein, Verena, reiß dich zusammen! Heute haben sie es aber auch nicht schön hergeschrieben. Ja, gib mir ein bisschen Deko bitte. Plus eine ganze Freizeit. Aber haben wir doch den Ohren schon gesehen, wo sie doch da so eine Schuhe bauen oder wo wir doch ganz ehrlich, da müssen ja der... Das ist mir mir gerade gefallen. Das wird schon gut. Der Papa ist okay. Wir lassen doch den Katschi schlauze. Ja, ich weiß, wie sie schlauze. Ist das für mich das für den Katschi schlauze? Nein! So. Wir machen die. 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 Und dann ist das ja schon entschieden. so und das war es dann auch schon für heute ich hoffe dass es euch mal wieder gefallen hat und sage dankeschön fürs zuschauen hoffentlich sehen wir uns auch in einem meiner vorherigen videos im nächsten vlog oder vielleicht auf meinem haupt channel keine ahnung ich werde euch auf jeden fall den haupt channel unten verlinken aber ich denke mal jeder der das hier sieht kennt auch meinen hauptkanal ich bin auf jeden fall für jede unterstützung dankbar dankeschön fürs zuschauen und dann sage ich an dieser stelle tschüss und 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 Vielen Dank.